Autogrammstunde vor den Augen der Fans Aus Zeitmangel hat Xara das große Geschäft immer wieder verschoben. Irgendwann ist die Grenze jedoch erreicht, wie die hübsche, wilde Rocksängerin leidvoll erfährt. Mitten in ihrer Autogrammstunde kann sie es nicht länger einhalten und kackt sich in die Hose. Was sie zutiefst beschämt, erregt ihren Fan Tom außerordentlich. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage